Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Parasite Folge 9 Ich habe heute leider wieder Mathe und sowas vor Deswegen muss das leider wieder schnell gehen Beziehungsweise leider wie gestern Gestern habe ich ja auch nur eine Folge geschaut Nur eine Folge Ich bin sehr traurig Okay Aber ich habe die Folgen nicht mal hochgeladen Die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, war Folge 5 Ich kann seit Folge 5 nicht mal hochladen, weil ich einfach keine Zeit habe Und wenn ich Zeit habe, dann nehme ich lieber auf, weil ich weiter schauen will Dann kann ich das alles nachher hochladen, ist egal Ich kann heute leider nur eine Folge schauen Wie gesagt Aber Folge 9, ich freue mich, Parasite Let's go Oh shit, da ist er Oh shit, man Der wird die echt vergewaltigen, Junge Der wird, das sage ich euch Der wird die Vergewaltigen Ich will dir nichts sagen, Junge Aber ich glaube, du wirst schon ein bisschen sterben Wenn du mit dem kämpfst Oh, und man hat ja am Ende der letzten Folge gesehen, wie das Mädchen da mit der Brille so ein Bild gezeichnet hat Von dem Shimara oder wie er heißt Der Arme, der wird zur Zeit von jedem geschlagen, Mann Der kleine Hurensohn Unfinity wurde auch geschlagen Oh shit Oh shit Er so, wenn du mir ausspülen hast, dann kill ich dich, Mann Oder auch nicht Ich habe das Opening, by the way Immer wieder so schwarz eingedingst Weil ich Ich weiß nicht Ich habe Angst, mich immer von Opening spoilern zu lassen Oh, Isobi hat wieder eine Brille What Achso, nein, das ist ein Flashback Ja, der war zu fröhlich Das ist ein Flashback, Mann Aber ich habe immer Angst, mich von Opening spoilern zu lassen Keine Ahnung Weil manche Openings, die spoilern voll Richtig Sagen wir jetzt so Naruto oder sowas Keine Ahnung Oh, der ist so süß Und ja Keine Ahnung Aber ich meine Wir sind jetzt auch Bei fast Folge 10 Und ab Folge 12 Gibt es ja sowieso wie immer ein neues Opening Also meistens Deswegen glaube ich Das sollte ja schon alles Passiert sein im Opening Was jetzt so passieren sollen Sollte Kann es sein Ich meine Die können ja nicht das Saisonziel spoilern So krass Wäre schon ein bisschen krass Sag doch was Oh shit Oh shit Er findet sie raus Fuck 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 Ich meine Einfach so, ja, mach mal. Fake? Wieso schaut er ihn so böse an, so, er so, hallo, nice to meet you, fuck you. What? 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 Ich habe die Kanzlerin zur SNL geworden und deste Video ging um die Wien zu angreifen. Ich habe mich über die Wirkung und in der Stadt voran gebrochen. Ich habe eine Kanzlerin gebrochen und ich habe es in der Stadt meinen gamle gesehen. Ich komme darüber hin, dass ich die Zurufe aufgeregt habe. Ich kann mich über die Unmessungen für die Unmessungen ergeben. hat oder nicht? Oh, okay, auch nicht. Oh, shit! Oh, shit! Wof, 7,8-700 버�themeben. Sie sprechen schrecklich. Ich weiß, ob es wurde, aber Haylichke. Nee есть auch, ob man sagte. Wenn ich nicht erwesend habe, Nein. Wenn ihr hier hatte, bitteNewственно. Was ist das? 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 Ich habe das Gefühl, dass sie sterben wird, Mann, die mit der Brille. Scheiße, Mann, hör auf ihm nachzuspielen, Niren, Mann. Oh, shit! Was ist das? 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 Oh. Oh. Was ist das? Oh. Was ist das? 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 Was ist da? Einfach so rüber. So... So are you... Ya a bunch of enemies! The way we are coming... Oh! Oh! Er kann spüren, wie stark die sind. Stimmt, das hat er Migi gesagt. Als er zum ersten mal gegen die gekämpft hat. Wenn du eine 10 bist, dann ist der eine eine 18, der eine 16. Ooooooh! Yo 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 I Do 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 I Do Scheiße, jetzt hat er vielleicht auch gemerkt, dass sie ihm wichtig ist, oh shit. Das war's für mich. So was das war... Nurice? What the fuck? What the fuck? Yunga! Yunga! Ich kann es nicht mehr zu sehen, wenn es so ist. Aber es gibt einen selblichen Warum, die du zur Runde bekommen hast. Denn wenn du besser, dann will ich wieder nack Mercy mit den Dingen in die Niederlande Oh shit! Da fällt mir aber was anderes ein. Hei vielleicht... Yunga bekommt ja immer mehr so einen Alien. Vielleicht bekommt der Miggi immer mehr so ein... Miki wird wie so ein Mensch so versteht ihr? Er entwickelt Gefühle. Und entwickelt Gefühle. Als ob er nicht bemerkt, dass du die ganze Zeit da bist. Oh! 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 Was ist das? und sie kennen einfach zwei sie kennen zwei und die lehrerin drei und dem mann der die schule gekommen ist vier ich muss aber alter diese musik ist so cool das ist keine idee das ist keine gute idee das ist keine gute idee das ist keine gute idee was will die machen sie will nicht kastrieren oder sowas oder beste idee dir ihr hattest beste idee biso wieso ist sie so dumm die musik ist so krass ja ich habe keine zeit die nächste folge zu schauen er so ich stehe aufschrei rum und gehe aus dem unterricht ich muss auch die openings skippen man ich habe keine zeit so opening es gibt ich habe keine zeit eigentlich mal scheiß drauf ich wollte nur eigentlich ich bin voll gedauert scheiß drauf da ist doch oh shit ist das so exit oder so ja 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 die ist schlau ja 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 Was ist das? Oh shit man Oh shit man Shinichi fick den Hurensohn Obwohl eigentlich nicht Oh shit man Oh shit Sag nicht Wow Er rennt durch die Schule und killt people Scheiße Jetzt wissen alle Menschen Bescheid man Alter du bist doch so dumm Oh shit man 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 Sag nicht Sag nicht der hat da die ganze Klasse gekillt What the fuck What the fuck Geh doch hin Geh doch hin Nein Geh doch hin Ich bin Geh doch hin Ja Ich bin Geh doch hin Verwandelt er sich jetzt gerade zurück, oder was? Wow, ich dachte einfach mal, er sieht zurück, aber okay, Badass ist auch cool, er geht einfach durch. No! No! Das ist abgefuckt, Mann, das ist abgefuckt! Was ist abgefuckt? Ja, das ist abgefuckt, Mann, das ist abgefuckt! I don't know. Shit. I won't talk to him anymore. I'll go for this year already Dammit. And all the time. No longer than me... My Și Si Si! Marрашam go, right? Mann, die gehen dahin zum Sterben, seid die dumm. Sprich noch aus dem Fenster, Mann. Jo. 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 Ein bisschen ... Leider ... Wie ist das ... Soll ich ... Entweder ... Ich ... Es ist ... ... ... Oh shit, das Mädchen mit der Brille ist responsibel, mann. Stimmt, vor allem wenn du da reingehst, dann denken die, du bist auch so ein Mörder-Hurensohn. Ja, okay. What the fuck? Oh shit, das ist ein Mörder. Oh shit, das ist ein Mörder-Hurensohn. Oh shit, das ist ein Mörder-Hurensohn. Oh shit, das ist ein Mörder-Hurensohn, das ist ein Mörder-Hurensohn. Das ist ein Mörder-Hurensohn, das ist ein Mörder-Hurensohn, das ist ein Mörder-Hurensohn. Er will von 300 Metern mit einem Stein sein Herz treffen. GG! GG, man! What the fuck? Das ist ein Mörder-Hurensohn, das ist ein Mörder-Hurensohn, das ist ein Mörder-Hurensohn. Oh shit, yo! 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 What?! Shinichi! New Badass 2016, Nan! What the fuck? What the fuck? Was ist das? Michi so süß! Schremm, guiem! Prawda, zrozumieć! Prawda, nie, dobra. Dla ulicyjühr, nie, dobra. NacUM, są, więc decyzified, Ich liebe diesen psychologischen Aspekt, diesen ethischen Aspekt, diesen abgefuckten Aspekt, das ist crazy, was würd you do, if you were in my place, 3DG? Oh, ich nehme an. GOMU GOMU NO! 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 Ja, genau. Und sie sagt nicht so, ja, wie kann es eigentlich sein, dass du so drei Meter hoch springen kannst, so. Wow, wow. Hallo.